Ja, willkommen zurück bei meinem Kanal. Wir öffnen einen Multipack von Metro-Tex Champions League 21-22 und mal schauen, was wir da drin befinden. Also wenn wir ihn auf den Tramm ziehen, wäre natürlich hammergeil, davon gehe ich aber nicht auf, denn es wird nichts passieren. Wir starten auf jeden Fall mit dem limitierten Auflagebooster. So, da haben wir drinnen Bastoni, dann Moreno, Paredes, Coutinho, Laporte, dann haben wir Man of the Match, Cavani und die limitierte ist Leroy, Sané. Und dann kommen wir noch zu den beiden Boostern. So, da starten wir mit Müllner, Jesus, Lamella, Pjanic, Sevilla, Logo, Palinja, Jiménez, dann das Bayern-Logo. Dann haben wir hier Signature-Style, Rodrigo, Goretzka als mitführt Masterclass, Ilka Gündogan als Heritage-Karte und Master and Apprentice, Henderson und Jones. Und dann kommen wir noch zum zweiten Booster. So, da starten wir mit McGuire, Hudson-Odoi, dann haben wir Asensio, Guerrier, Carvalho, Angelinho, Stecklenburg, Pellegrini. Dann haben wir Pedri als Signature-Style, Goldmaschine, Salah. Dann haben wir noch mal eine Club 100, sehr nice von Diaz und ein Man of the Match von Heuberg. Ja, wenn euch das Unboxing gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.